Dienstag bei Super RTL Ich bin Dieter, Dieter Bohlen. Bohlen? Kenn ich nicht. Hitmaschine Knall da mal auch nicht die Bässe rein. Frauenheld Hey, da ist Uzi Mühlhülz, ihr kommt ja alle dran. Poptitan Was den Deichrock wird die Welt erzittern lassen? Die aufregende Welt des Dieter Bohlen. Dieter, der Film. Am Dienstag um 20.15 Uhr.